Hier präsentieren wir die 5 beste Basmati-Revist-Test. Lass uns anfangen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu Start Nummer 5. Tristar RK 6126 Reiskocher 1L-Reis für bis zu 5 Personen ohne Anbrennen. Dieser Edelstahl-Reiskocher von Solis ist ideal. Bis zu 6 Tassen Reis können mit ihm gekocht werden. Weißer und brauner Reis, Geflügel, Knödel und vieles mehr können im Reiskocher zubereitet werden mit 2,12 kg. Zusammen mit dem Reiskocher erhalten Sie auch eine Tabelle zum Kochen von Reis und Gemüse, einen Messbecher, eine Schöpfkelle und ein abnehmbares Netzkabel. Das komplette Seed, mit dem Sie köstlichen Basmati-Reis zubereiten können. Nummer 4. Tilda Pure Original Basmati-Reis 1 KG Tilda liefert uns glutenfreien Basmati-Reis im 1 kg Behälter in seiner unverwechselbaren blau-platinfarbenen Verpackung. Der glutenfreie Basmati-Reis von Tilda hat einen unverwechselbaren Geschmack, da er im Vereinigten Königreich aus importiertem Reis hergestellt wird. Der langkörnige Tilda Basmati-Reis ist ideal für einen einzigartigen Qualitätsreis, der sich für alle asiatischen Küchen sowie für indische Kari-Reispfannen eignet. Das exquisite Aroma der Tilda Basmati-Reiskörner zeichnet Sie aus. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Alnatura Bio Basmati Vollkorn 6er Pack Der Bio Vollkorn Basmati-Reis von Alnatura wird in einer Packung mit 6 Beuteln zu je 500 Gramm geliefert. Sie können sich darauf verlassen, dass der Alnatura Vollkorn-Reis von höchster Qualität ist, da er nach biologischen Methoden hergestellt wird. Wenn Sie sich dafür entscheiden, erhalten Sie aromatischen indischen Reis mit langen Körnern, der sich ideal als Beilage zu ausgefallenen Fisch- und Fleischgerichten eignet. Die Verpackung der Ware ist eine weitere hervorragende Eigenschaft. Sie ist biologisch und ermöglicht eine längere Lagerung des Reises. Nr. 2. Indiergit Premium Basmati-Reis Feiner, aromatischer Langkorn-Reis aus Indien Direkt aus Indien liefert uns Indiergit diese einzigartige Sorte Basmati-Reis. Die Packung wiegt 1 Kilogramm und ist damit ideal für jede Gelegenheit. Langkörniger Basmati-Reis hat einen unverwechselbaren Geschmack und ist mindestens ein Jahr lang haltbar. Der beste Reis wird in der indischen Terrarie-Region geerntet, und wir verwenden unsere eigenen Ernteverfahren und internen Qualitätskontrollen, um die beste Qualität zu garantieren. Wesentliche Merkmale dieses Reises sind seine Nicht-Klebrigkeit und seine Eignung für besondere Gerichte mit unverwechselbarem Geschmack. Und die Nummer 1 unserer Liste. Reishunger Bio Basmati-Reis, Pakistan, Himalaya. Diese fantastische Wahl für alle, die Bio Basmati-Reis lieben, wurde uns durch unser Bedürfnis nach Reis gebracht. Der Reishunger-Reis hat eine Größe von 600 Gramm und wird auf den besten Bio-Feldern Pakistans am Fuße des Himalaya angebaut. Die Körner dieses Bio Basmati-Reises sind im Durchschnitt mindestens 6,5 Millimeter lang. Der Bio Basmati-Reis von Reishunger hat zudem einen angenehmen Duft und einen leichten Eigengeschmack, sodass er sich perfekt für alle deftigen Rezepte eignet, insbesondere wenn Sie indische Chorus zubereiten möchten. Reishunger legt allen Reisangeboten den Code of Praktica on Basmati bei, da Ihnen die Umwelt am Herzen liegt. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video.